Musik Also wir stehen hier jetzt vor der Instrumenta 2017 im Heiliggeist-Saal. Wir machen eine Ausstellung für Holz- und Lechplatzinstrumente. Es sind 30 Handwerksmeisterbetriebe da und somit haben wir eigentlich das Who is Who der deutschen Musikinstrumentenbauerszene bei uns. Und so ist es eigentlich eine schöne, runde Veranstaltung und wir sind total zufrieden und die Aufmerksamkeit geht deutschlandweit natürlich schon auch extrem nach oben und das freut uns. Musik 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 Untertitelung. BR 2018